Zieht den Knaller. Okay. Braucht ihr alle Pullen? Mein Gott, mein Gott. Jetzt kommen die Rocktracks nicht mit. Oh, dann sind wir... Ja, dann können wir alles wieder neu fahren. So, ich zieh Rüstung an. 4 hab ich noch. So, von der Ausrüstung her haben wir eigentlich das mit, was wir beim letzten Mal mit hatten. Ja, ein bisschen besser. Wir haben ein paar Rüstungsteile noch gefunden. Ähm, die bessere Hose und bessere Handschuhe. Im Loot. Ja. Und halt mehr Reaper, die jetzt geklont wurden in dem Fall. So, soll ich die dann wieder auf Agro setzen? Ja, Moment, ich sitz aber noch nicht auf. Ich sitz drauf. Ich sitz drauf. Ich sitz drauf und bin unsichtbar. Soll ich die auf Agro setzen dann? Wart mal bitte, bis Shadow da ist. Wenn er drauf ist. Der braucht immer so unheimlich lange, gell? Das ist halt ein alter Mann. Das ist mich doch. Äh, unsichtbar machen? Ja noch. Wir müssen schon mal eine weg machen. Bist du drinne, Shadow? Ja. Ich bin drin. Hast du drauf gesessen? Ja, kann sein. Okay, ich hab gepfifft. Gut. Dann kümmere ich mich mal um die Kugel. Wir müssen die Kugeln machen. Ja dann die Kugeln machen sich. Überall die Schwe wilsel hier. Hä? Was attackiert mich denn hier? Früher konnte man auch irgendwie ringsrum und vor allem ich konnte gestern auch einmal ringsrum, aber ich weiß nicht wie ich es geschafft habe sonst würde ich es reproduzieren Ja, ja Du meinst jetzt ringsrum gucken? Ja genau, ja Die gute alte Zeit Ich hoffe, dass diesmal nicht so viele Fehler sind, dass ich hier immer wieder Munition für irgendwelche Dinger verschwende, die eigentlich schon längst weg geschossen sind Ja, die Kugeln Ja Hinten kommt eine Kugel Ich glaube, jetzt haben wir nur noch den einen, oder? Ja Wollt Okay, go. Wie er zappelt. Wie schnell der runter geht. Okay, ich bin schon mal wieder... Ich bin schon mal wieder getaunt. Ich auch. Okay, gut, der ist down. Achtung, ich schieße uns auf dich. Ich bleib stehen. Autsch. Okay. Das ist jetzt noch die einfache Runde. Vielleicht sollten wir uns ein paar Reaper auf Folgen setzen. Bitte tun. Kann man da C4 dran machen? Was willst du denn mit C4? C4 an die 10 Tage dran kleben? Achso. Ja, das wäre natürlich geil. Ah, fuck. Also die Tech-Waffe macht auf jeden Fall weniger Schaden als mein Assault Rifle. Pro Schuss zumindest. Ja, ja, klar. Ne, pro Schuss macht die 190. 200. Das Tech-Ding. Oh, Damage, Damage. Oh. So. Äh, warte mal, aber ich gehe trotzdem erst mal vor. Na gut, ich komme mit. Ich weiß, sonst macht der gleich die Schockwelle und dann, ne? Bist du doof. Aber du kannst dich schon mal abmachen und äh, Ding schon mal... Hab ich schon. Äh, Ding. Okay. Jetzt aber schnell. Oh, wie sie gleich auf die Nameless losgehen. Ne, die gehen auf den Tackle, glaube ich, oder? Ne, ne, Nameless töten die. Okay, wieder unsichtbar machen. Let's go. Das wäre schön. Ja. Die gehen wirklich schnell. Na ja, wenn die da mithelfen... Nehmen die auch Folgen. Ne. Wäre, glaube ich, keine gute Idee. Die blockieren uns, glaube ich, mehr als dass die uns helfen. Oder? Ja, ich glaube auch. Wie geht es. Ja, ich bin. Die ab apologise. Ja. Ich schute meinen die easieren Teil. Ich bin. Ich bin. Daher bin... Ja. Ja, ein bisschen Anspannung ist dabei. Na kack, erstmal. Aber ohne solche guten Rock-Drags wäre das glaube ich nicht machbar. Ja. Zu dritt zumindest. Hä? Okay. Es, es. Hä? Da war doch noch eine. Ach, die Vipass haben hier die Dings-Daumen gemacht. Okay, ich mein auch gut, dann geht's schneller, ne? Ich hab auch den einen da hinten noch geschossen gehabt und dann haben sie in der Zeit den anderen da gemacht. Neben mir. Ich glaube das war echt ne gute Idee mit dem Sache. Ich muss warten, bis der den Angriff macht. Jetzt müsste es gehen, oder? Achso. Ich dachte grad, ich hab keine Munition mehr. Oh, die, ja die Vipass, die gehen auf die, auf die Tintakel drauf. Bin jetzt eigentlich schon ein gegnerischer Reaper da? Äh, ich glaub nicht so runter. Ich glaub nicht so runter. Ich glaub nicht so runter. Äh, ja. Die Gemara bitte weggehen. Okay. Von der Zeit her liegen wir gut drin, ne? Ja, wir dürfen uns nur bei den Reaper halt nicht aufhalten lassen. Ja, ja. Das heißt, schön gucken echt mit, 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 ähm, mit, ähm, der Unsichtbarkeit. Ja, das hat angefangen, wo wir dann halt, äh, einmal auf die geschossen haben. Aus Versehen. Okay, ich muss meine ersten Hände austauschen. Ich einglück noch nix. Ja, bei mir auch noch nicht. Okay, der ist down, oder? Einer ist noch, einer ist noch, einer ist noch hier bei mir. Natürlich, ja, bestimmt. Okay, plaschis das Ding weg. Ja. Oha, Shadow. Oha, geht voll in die Schussbahn. Ich reiz, ansicht wegen Laufenskacke. Ja. Okay, das war's schon. Ich hol mal wieder einen neuen Schuss raus hier. Oha, ne? Oha, ne? Habe ich echt nur fünf Venom gekriegt in meinem Dingslein? Ne, ich bin wahrscheinlich gespoildern. Ich hab auch nicht mehr so viel. Oder der frisst hier von allein vielleicht auch, ich weiß es nicht. Hm, dann hätte er volles Leben. Jetzt. Okay, dann. Okay, dann. Sind die Reaper jetzt schon da? Hä? Sind die Reaper schon da? Ja, ja. Jetzt müsste die Reaper kommen, ja. Der hat drei Phasen, wo er hoch und runter geht. Äh, also untertaucht und wieder hoch kommt. Und das war jetzt das zweite Mal. Jetzt müssen wir einmal den Tackle weg, dann äh, macht der kurz, äh, dann kommt der Tackle direkt wieder, dann müssen wir nochmal die Tackle weg machen, dann taucht er wieder unter und dann müssen wir noch einmal die Tackle weg machen. Und dann müsste man eigentlich haben, denke ich mal. Also Zeit ist diesmal bis jetzt noch ganz gut, ja. Hm. Jetzt ist er vorunter, oder? Ja, er ist vorunter. Nee, eine, eine ist noch. Bei mir. Okay, du bist da hinten. Terno, wie sieht's bei dir aus? Bist du da auch gleich da? Ich bin vor dir. Nein. Warum bin ich so langsam? Okay. Oder? Nee. Moment. Ich hab den Bug, dass, dass der weiterläuft. Wie, wie stell ich das aus? Äh, springen. Damage machen, ne? Nee. Nee. Ich hab den Weiss noch mal in den Korn. Ich hab den Korn. Ich hab den Korn. Wie, wie kann ich denn? Wie, wie geht's denn? Wie sieht denn? Ja, ich hab den Korn gehabt. Ich hab da wieder vergessen zu sein Dann machst du jetzt schnell Ok geht Ja super Was hast du denn? Die Reapers stellen sich vor mich Bringt halt nix ne? Ne Ok bei mir sind jetzt auch die Hände Ich Idiot hab mein Mein Feather Light dabei Wir müssen gewinnen Ja und nen Reaper hab ich bei mir auch am Arsch Ok drauf da auf den Ja ok Der ist mir in die Schussbahn gelaufen Der Depp Läuft alles noch gut Ja Er ist verwundbar Schnell hin Wir hatten ja noch ein dritter oder? Ja So ein Viertel Komm Zeig deinen live Na na Oh ein Viertel Hu 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 Geht? Jetzt Jetzt mal Oh der 2 Hä? Achso das war wahrscheinlich ne gestackte Ne was 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 Das hat mir grad angezeigt dass das Ding 2000 oder 20.000 oder 22.000 Schaden gemacht hat 20.000 oder 22.000 Schaden gemacht hat Wuhh Ja Wuhh Ja Verwuchs Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Okay. Nur noch eine Zentakel, oder? Ich gehe schon mal vor. Achtung, 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 Achtung. Schockbälle. Wie lange macht der die? Lange, je nachdem. Na gut, dann machen wir das Ding einfach weg. Okay, von hinten kommt eine Kugel, aber egal. Okay. Damage! Jawoll! Okay, alle sind die Drachen. Und dein Leuchtevieh musst du abschmeißen. Boah, hab ich schon. Klar, dein Leuchtevieh abschmeißen. Hey, nicht schlecht. Ja, ich schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020